Wieder draufzukommen, falls ich mal rausfliegen sollte. Oder falls ich mal rausfliege zwischen dir. Bisher geht es einigermaßen. Jetzt hoffe ich, dass dieses Rezept noch stimmt für Bilderrahmen. Funktioniert. Äh. Also ich mache das ohne Schilder. Ja, aber woher wissen wir dann, wo was ist, wenn wir mal wirklich was suchen? Vor allem jetzt am Anfang. Bilderrahmen. Deswegen habe ich die Bilderrahmen gemacht. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ganz genau, weil ich stur. Ich bin's nicht schuld. Mein Tenet ist da. Ähm, ja. Ich bin's nicht schuld. 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 Ich bin heute so entspannt. Ja, komm mal gucken. Ich kann nicht in den Raum, immer wenn ich in den Raum gebe. Ich sehe es. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Bilderrahmen. Ach doch, da ist eine Axt. Aber sonst sehe ich keine Bilderrahmen. Ja, ich habe erst mal nicht genug Leder gehabt. Aber ich glaube, ich lege immer noch, weil du stehst bei mir an einer Stelle und kommst in den Himmel. Ich vergriffe den Kopf dabei komplett. Ich habe das Problem. Ja. Wir brauchen dringend mehr Kühe Wo stehst du denn gerade, weil ich glaube ich weiß nicht ob der Deck weg ist Lagerraum Du stehst bei mir vor der Tür vom Lagerraum Ich kann dir nicht helfen Hat man nicht nur irgendwo zufällig Leder gehabt? Ja, da würde ich mich auch jeden Tag freuen Wir wollen wie das abgeht, wenn ich einen Lack habe, dann streben wir mir die Kühe und die Schafe still Und wenn der kurz weg geht, dann fange ich alle an zu muhen und zu mähen Und alle in einem Beat, ne? Ne, alle gleichzeitig und ziemlich laut Dann ist es direkt wieder ganz leise Und Truhen werden immer auf und zu geschlagen, weil du die immer auf und zu machst Ja, das mache ich Jetzt hast du hier Knöpfe, einen Knopf eingeführt, wo immer dieser Knopf sein soll Knopf? Ja, das ist ein Knopf Das ist ein Holz Das ist Fischenholz Das ist ein Knopf Da hätte ich lieber so einen Baumstamm angehängt Was hast denn du hier mit der Mitte vor? Da kommt auch noch Holz rein Ich hatte aber nicht genug erstmal Tschö So Wir haben schon wieder 20 Uhr Oh, ey Ja, das rast Ich weiß nicht, woher mit diesem Scheiß Kugelfisch, ne? Ich werf den weg Ess den, der tut gut Er tut dir gut Lord Ja, du musst mich mal wahrscheinlich töten Weil ich stecke so im Boden fest, dass ich Raum runterführe Alter, das sieht richtig komisch aus bei mir gerade Ich stecke in der Mitte im Lager rum Ich weiß, ich hab dich gesehen Ja, ich komm hier nicht raus Ja, Malschleich Alter Das ist echt Ich kann mir ja Zeit lassen, du Kämpfe Boah Ist doch raus Ja, jetzt Wow, es lässt mich, du bewegt dich Du hast die Tür aufgemacht Du In meinem Raum gibt es da Jetzt habe ich mich kein Problem damit Ja, ja, ja Du, so als wäre ich das schuld Ja Ja, und dann soll er auch schuld Ah nee, zack Äh, ist er weg Wir haben ein Schwein vor der Tür sehe ich gerade Ist der gespawnt? Was ist on? Ob das, ob die gespawnt sind? Ähm, der war glaube ich von Anfang hier Nur ein bisschen weiter entfernt eigentlich Aber der hat mich so lieb Nee, der hat dich geworfen Der hat mich so lieb Dass er unbedingt zu mir mit wollte Wir haben heute Donnerstag, ne? Ja, steht das Wochenende ja schon wieder vor der Tür, ne? Ja In der Tat Let's do it Ich hoffe morgen ist der Klassenraum wieder frei Warum hoffst du das? War heute Willen? Ich will wissen wann ich in Spanisch dran bin Ja Was ist denn? Du bist ganz komisch worüber gekommen So in einzelnen Buchstaben Irgendwas mit Spanisch hab ich verstanden Ja, du hast das Wichtigste verstanden Das kann sein, dass es meine Schuld war Das war deine Schuld Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen Ich sag ja, kann sein, dass es meine Schuld war Ja Ich komm nicht drauf, ich kann grad kämpfen wie ich will Ja Doch, jetzt bin ich da Scheiße Ich vom Wenn ich wenigstens mit meinem richtigen Rechner spielen könnte Ich werd das Leben viel einfacher - Neeein ... Boah Boah Der steht schon surrunt Ja, da steht er gut, ne? Der muss ja morgen zur Oma Tja, aber erst morgen Ja, aber ich hab morgen früh keinen Lust, den noch zusammen zu packen Deswegen spiele ich Außerdem musste ich da hier mit dem Laptop spielen, weil wir sonst mal den ganzen Sachen weg wären, die ich bisher hier angestellt habe auf dem Server Ich hab ja damals, als wir angefangen haben, mit dem Laptop gespielt Weil an sich kein Problem ist, mit dem Laptop zu spielen, nur ich das Gefühl, dass der irgendwie öfter anfängt So, der Boden ist fertig Ja, ich kann's nicht sehen, ich hab gerade irgendwie einen komplett schwarzen Bildschirm Ist mir ja gerade egal, ob du siehst oder nicht Nur die Leiste unten mit den Waffen beziehungsweise mit der Ausrüstung, die kann ich auch scrollen Aber man sieht was, die hat nicht viel Jetzt bräuchte ich Bücherregale Bräuchte ich jetzt Brauchst dein Buch für Leder Nee, der Boden bei mir in der Lagerhalle ist nicht fertig, da ist immer nur ein Loch in der Mitte Tja, das ist dein Problem Ach, das ist doch kacke, Lennert Ich brauche Ganz viel Stein Ah, ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird, was ich hier mache Und er ist komplett rausgeflogen aus dem Spiel, also aus dem Internet So fing es damals mit Stein Da ist er wieder Ich bin wieder da Was jetzt los war, weiß ich nicht Aber dein Server ist nicht mehr online Doch Nö, ah doch Wow Bin ich da? Ja Ich habe nämlich wieder ein Black Screen Hä? Der geht normalerweise nach ein paar Sekunden weg, aber ja jetzt ist er weg Ah, oh, was brauchst du denn hier? Eine Burg? Nein Hä, warum sind das Öfen? Bist du bekloppt? Ja Warum? Abwarten So 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 Ja, du stehst bei mir wieder an der ein und derselben Stelle Warum hast du denn die Ecken ausgelassen? Machen wir euch was aus? Ach, die Ecken? Ja, weil Weil egal, eigentlich Bist du weg Ich hätte gerne Ah Was machst du da? Ey, die Seite ist auch falsch Ich weiß, was du gerne hättest Es funktionieren eine Internetverbindung Oder es funktionieren Server Ich erlege wieder rum wie Sau Ja, ja, liegt an mir Ja, alles Weile Da steht 22 Ja Unglaublich Unglaublich Ey, Mann Immer dasselbe wenn Du Du Absolut Das schiiß aus Das schiiß aus Alter Schwede Geil Was ist scheiß aus? Ja, Leder bräuchte ich jetzt. Ganz viel Leder. Ja, wir haben keine Kühe. Aber wir haben keine Kühe. Wir haben viel zu wenige Kühe, das ist ein riesiges Problem. Na ja, riesig nicht, aber du hast ja die Hälfte der Kühe getötet. Die Hälfte, statt gerade mal vier Leder. Doch, normalerweise müsste ich jetzt rauslaufen. Ist meine Schuld. Zack. Ja, das ist leuchtendär, wenn sowas mal wieder... Ja, das ist leuchtendär, wenn sowas mal wieder... Da finde ich jetzt... ...man... ...jeder ist selbst für seine Sachen verantwortlich. User in your channel time down. So. Ähm... Ja, Kühe ist eigentlich ein gewaltiges... ...ein sehr gewaltiges Problem. Ich werde es aber lösen. Das kann ich. Das kann ich. Cooles Rind. Dann... Nein, hier behalte ich. Kann ich essen. Dann... Hätte ich hier die Decke... ...berichten... ...die einheitlich ist. Schaufel mit. ...winde ich gar nicht da oben. So... ...ja... ...spitze, ich habe hier gerade keine Ordnung drin. Ich weiß noch nicht, was ich mit diesen... ...was ist das hier... ...wollen? Da bist du ja wieder. Yeah! Für wie lange? Dann bist du ja Internet wieder abkackt. Alter... Ja, bei mir ist hier gerade... ...cool house. Cool house, richtig. Freue ich mich aufs Wochenende, da können wir nochmal eine Aufnahme machen. Da habe ich... ...alleine gemacht über das Internet. Zocken wir dann nachts, ne? Dann drückt mich meine Oma um. Tja... Wenn ich die nachts wieder aufwecke... Boah, ist ja nichts weg, um zu zocken, oder?